Der Prophet Deswegen sagt der Prophet Seltsam oder bewundernswert ist die Lage, die Situation eines Mu'min. Inna amrahu kullahu khayr Seine Sache ist in jeder Hinsicht gut. In jeder Hinsicht. Was meint er damit? Er sagte, wenn ihn etwas Gutes trifft, dankt er. So ist es besser für ihn. Wenn ihn etwas Schlechtes trifft, verzweifelt er nicht und fällt nicht gleich um oder bricht ein, wie es bei manchen Menschen der Fall ist. Wenn sie von Kleinigkeiten geprüft werden, bricht ihre ganze Welt ein. Dann hat er keinen Grund mehr zu leben. Total verzweifelt. In Kleinigkeiten. Und dann sagt er, wenn ihn etwas Schlechtes trifft, haft er Geduld aus. Und so ist es besser für ihn. Und dann sagt er am Ende Und das gibt es nur für den Mu'min. Diese Lebenseinstellung kann nur ein Mu'min haben. Und dann geht es für den Müke. Für die Müke verordnungen. Und dann dauern Sie das für den Müke.